Hallo und herzlich willkommen zu einem Informationsvideo. Ich habe mit dabei heute den Leo. Hi na. Und es geht um folgendes. Ihr seht es hier, ich habe hier euch die, das Thumbnail der letzten, oder die letztgebrachte Tungster-Folge, habe ich euch jetzt hier reingestellt und man muss jetzt ehrlich mal sagen, das war es. Also Tungster ist definitiv vorbei. Gründe dafür, kann man ehrlich sein, wir haben damals einfach, nach der Hof Bergmann war das ja eine Aktion, einfach gesagt, wir nehmen jetzt etwas, was jetzt greifbar ist, was geil aussieht und da hat man nicht wirklich getestet. Man hat nicht ausführlich getestet, sagen wir es mal so. Und das war eigentlich so eine schnell, schnell Situation. Wir wollten eigentlich nur schnell wieder Videos bringen, damit ihr natürlich was zu gucken habt. Und ja, aber mittlerweile, ich von meiner Seite kann sagen, also Tungster macht für mich überhaupt keinen Spaß mehr. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Leo? Ja, es ist halt... Es ist halt, ich weiß nicht, ich habe irgendwie keinen Spaß mehr. Es ist einfach, ich weiß nicht, woran es genau liegt. Es könnten die großen Felder sein. Ich bin mehr so ein Typ, was Multiplayer gerne spielt, aber wenn, dann macht man das gemeinsam. Und bei Tungster war halt immer so, eine Truppe ist da am Werkeln, eine Truppe ist da am Werkeln, eine andere Truppe ist ganz woanders am Werkeln. Und da gibt es drei Leute, die sich nicht auskennen. Und das war halt immer so, weiß ich nicht. Genau, und dann hatten wir noch diese Überbreiten von 22 Meter Seemaschine mit allem Tung dran. Und das war halt wirklich so eine Fabrikarbeit. Du hast angesehnt, du hast geerntet, du hast verkauft. Du hast angesehnt, geerntet, verkauft. Und das wollen wir einfach nicht mehr. Ja. Und deswegen werden wir das Ganze jetzt etwas umbauen, umstrukturieren. Wir werden versuchen, wie wir das heute besprochen haben, möglichst alle Aspekte der Landwirtschaft mit reinzunehmen. Also auch Pflügen und Grubbern und, also nicht direkt Saatmaschinen und so eine Scherze, dass da direkt wieder alles fertig ist. Genau. Wir werden das schon etwas anders angehen diesmal. Wir werden das, genau. Wir werden das, also man muss jetzt einfach als anderes sagen, der Multiplayer ist nicht gestorben. Es wird ein neues Multiplayer-Projekt kommen. Es wird, wie gesagt, der Leo hat gesagt, es würden alle Perspektiven und alle Ketten werden verwendet. Das heißt, wie gesagt, Pflügen, Düngen, alles mögliche, wirklich alles. Es wird auch keinen Forst, es wird schon Forst geben, nur wir machen das nicht mehr so mit dem Autoloader und dass wir da 100.000 ranbekommen gleich am Anfang und so. Wir bauen das langsam auf. Wir werden kleine Maschinen nehmen, vielleicht aber davon fünf, sechs Stück von der gleichen oder drei, vier Stück, damit wir wirklich, sagen wir jetzt, wenn man jetzt ein großes Feld hat oder ein normales Feld hat, damit man wirklich zu dritt, zu viert ansehen kann, Grubbern kann und so weiter. Damit man wirklich mehr Sachen macht, in kleinen Arbeitsbreiten, aber dafür mehr Leute. Das wäre so unser Ziel. Genau, im Team, dass man das halt wirklich sieht, so wie man das, ich weiß jetzt nicht, ob man das in echt macht, ich kenne mich da wenig aus, aber so würde ich mir das vorstellen, wenn du wirklich einen Schritt nach dem anderen machst und nicht, dass da zwei Leute am Ernten sind und im gleichen Abzug sind da drei Leute schon wieder am Ansehen und das ist irgendwie total, ja, das ist halt merkwürdig gewesen. Eine Sache noch, es haben sich sehr, 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 sehr viele beworben für Mitspielen. So, es ist so, es wird Mitspielen geben auf der neuen Map, aber später. Es heißt jetzt nicht nächstes Jahr, sondern es wird auf alle Fälle, weiß ich nicht, ich kann jetzt keine Zeit sagen, sagen wir mal in zwei bis drei Wochen wird es möglich sein, aber, aber, ihr könnt jetzt, der Leo hat das so gemacht, er hat diesen Tungsdorf-Server, das Savegame ist ja da, die Mods sind da, es ist alles da, nur werden wir das nicht mehr spielen, aber das heißt für euch, wir haben daraus einen Public-Server gemacht, das heißt, ich kenne das, ich elitiere das jetzt mal ganz kurz, Public-Tungsdorf ist das jetzt, das heißt, es ist so, dass diese Karte, das Savegame, genauso wie ich sie hinterlassen habe oder wie wir sie hinterlassen haben, mit dem Kontostamm, mit allem drumherum, dann ist jetzt ein Public-Server, das heißt, ihr könnt die Mods runterladen, das zeige ich euch ganz kurz, äh, Mods runterladen auf, oh, Moment, ich habe da ein kleines Problemchen, äh, ne, ich mache das einfach hier, burning-games.de und dann habt ihr hier rechts so einen Reiter und da seht ihr, äh, Modsliste, LP, Tungsdorf, Multiplayer, raufklicken, Mods runterladen, ich, es, es wird kein, äh, anderer Download-Bereich angeboten, also bitte keine Fragen dazu, die Mods einfach runterladen und dann mit diesen Mods könnt ihr auf den Server und spielen. Wann ihr wollt, wie lang ihr wollt, ne, einfach, ist euch überlassen, ist einfach euch überlassen. Ähm, wäre natürlich geil, wenn ihr MTS seid, damit ihr euch mit anderen unterhalten könnt, der Raum oben ist frei für alle, ihr müsst kein Member sein, ihr müsst gar nichts, einfach reinkommen, Spaß haben, ganz unverbindlich. Es ist keiner gezwungen, es ist keiner gezwungen, jetzt da drei Stunden drauf zu sein, solange ihr Spaß habt, wie ihr möchtet, könnt ihr gerne raufkommen, äh, vielleicht auch mit ein paar anderen Leuten unterhalten ihr, das ist komplett euch überlassen. So, Leo, du bist dran, ich muss was trinken. Ja, also wir haben uns noch für keine Map entschieden, wir haben aber einige in, ähm, näherer Betrachtung, so, wenn ihr jetzt, ich werde aber wissen, was das Informationsvideo bringen, äh, das wird, äh, Mittwochmittag. Okay, also, aber es, wir werden das Ganze übers Wochenende dann aufbauen, und, ähm, schreibt einfach in die Kommentare eure Map-Vorschläge, falls, falls, wir, wir kennen nicht alles, und falls ihr irgendwas Cooles habt, schreibt es einfach rein, und wir werden uns dann, wenn da jetzt zehn Leute schon sagen, wir wollen jetzt, weiß ich nicht, weiß ich nicht, äh, ist ja vollkommen egal, aber haut einfach Kommentare rein, welche Maps ihr da haben wollt. Ähm, und vor allem mit nicht ganz so großen Feldern. Nicht ganz so große Felder, es muss auch nicht die Über-Map sein, aber es soll nicht so eine kleine Map sein, ne? Ihr wisst, dass jetzt das Mittelmaß muss gefunden werden, das ist das Ausschlaggebende, ähm, ähm, und keine Map, die wir schon gespielt haben. Ja, es sollte schon was Neues sein. Also, es sollte was Neues sein, ähm. Also, wir haben ja mit, auf unserem YouTube-Kanal sind ja alle Maps da. Ja, es sind alles, ja. USA und sowas. Alles, also, alles, was gespielt wurde, haben wir ja, ich kann euch das ganz kurz zeigen, wobei ihr wisst ja selber, wo ihr das Video gerade gefunden habt. Ähm, äh, äh, mein Kanal, hast du das eigentlich schon eingefügt, das andere, was ich dir gestern gesagt habe? Hast du das nicht eingefügt? Okay. Ähm, ich sehe das hier, also, Belgische Profonte werden wir nicht spielen. Äh, wir werden Bindelbach auch nicht als neues Projekt nehmen, weil das haben wir schon. Tungsthoff ist abgeschlossen, haben wir bereits gesagt. Äh, Hamburg läuft noch, aber, ne, macht auch keinen Sinn, das zu nennen. Und dann gibt's halt noch, wenn wir hier auf Playlists gehen, ähm, ja, wie gesagt, ich sehe das hier, OGF haben wir schon gehabt, wir haben, was fällt mir spontan, Hofbergmann haben wir schon gehabt, wir haben FSM-Modding-Map schon gehabt, und, ne, also, ein bisschen durchgucken, Alter, wir haben viele Videos produziert, ähm, was, was so gemacht wurde, ne, also, einfach mal da drauf gucken, ähm, und eben Alternativen nennen. Es kamen sehr, sehr viele Vorschläge in letzter Zeit, aber ich will jetzt keine einzelnen nennen, weil sonst nimmt wieder jeder das, was ich gesagt habe, und das mache ich nicht mehr. Deswegen, bitte selbstständig entscheiden, oder selbstständige Tipps geben. Ich werde auch versuchen, ein Mod-Pack zusammenzustellen, was ihr noch nicht gesehen habt. Es gibt ein paar Sachen, die müssen rein, so wie diverse Skripte, oder so wie, zum Beispiel das Universalfass von Maru, das muss einfach mit rein, bei einem neuen Serveraufbau. Aber ich möchte gucken, dass wir andere Trecker haben, als wir verwendet haben, andere Kipper, andere Anhänger, andere Geräte und sowas, ne. Und da könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr Mods jetzt sehen wollt. Aber bitte bedenkt, wir fangen klein an, wir fangen nicht mit einem Class-Lexion 89 an, oder sowas, oder mit, ne, also nix Großes, überhaupt nicht Großes. Genau, ich glaube, das war vielleicht auch eins der Fehler, die wir gemacht haben, weil wir haben den Kontostand von der Hof Bergmann übernommen, und dementsprechend hast du direkt am Anfang groß eingekauft. Du hast dir den großen Thrasher geholt, du hast dir großen Traktoren geholt, und du hattest direkt einfach alles da, und dann hast du nur noch wirklich für, ja, ich will jetzt sagen, für nix gearbeitet, aber du hast wirklich schon alles gehabt, und das war nicht so geil. Wir werden auf jeden Fall neu anfangen, komplett klein. Wir werden neu anfangen, und der Leo wird auch aufnehmen. Genau. Weil wir haben es auf der Bindelbach getestet, es kam sehr gut an, wie ich finde, es kam auch sehr gute Rückmeldung, ist jetzt eigentlich egal, ob das Video jetzt 100 Aufrufe oder 300 Aufrufe hat, darum geht's nicht. Geht darum, dass ihr euch das von beiden Ansichten angucken könnt, das macht's für mich persönlich, ich find das richtig geil. Und ich hab den Leo gefragt, der Leo hat gesagt, kann er machen, und deswegen machen wir das auch so. Das heißt, da werden mindestens zwei Perspektiven kommen, und ich freu mich drauf. Ja. Also ich glaube, es ist egal, was da kommt, ich freu mich jetzt schon drauf. Das wird definitiv interessant. Es kann, ich sag mal so, es kann nur besser werden, weil ihr habt's vielleicht gemerkt, vielleicht auch nicht, aber ich persönlich hab's auf jeden Fall gemerkt, dass die Lust auf die Tungsdorf-Aufnahmen war irgendwie immer weniger geworden. Ja, das stimmt, das stimmt. Und, ähm, es kann noch besser werden. Es kann noch besser werden. Das ist einfach so, es kann noch besser werden. Und irgendwas Brillantes wollte ich jetzt, genau, wegen, ähm, Moment, 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 wegen mitspielen. Es wird die Möglichkeit geben, mitzuspielen, wenn die Mods stehen, wenn die Karte da ist, und wenn wir ein paar Geräte haben. Ich werde dann auf Twitter, Achtung, Twitter, nicht Facebook, nicht irgendwo anders, nur Twitter, schreiben, weil die nächste Aufnahme ist, und seid ihr zu dem und dem Zeitpunkt im TS, habt die Mods parat, habt ein vernünftiges Headset, könnt ihr mitmachen. Diese Anmeldungen, diese schriftlichen, wird es nicht mehr geben, weil das hat einfach nicht funktioniert. Das war so ein Chaos teilweise, deswegen, die wird es einfach nicht mehr geben. Das heißt, ich hau das am Twitter, im Post raus, ein, zwei Tage davor, es ist nur Hausnummer, Freitag, 20 Uhr Aufnahme, wer da ist, kann mitmachen, wer nicht, nicht. Ich werde das aber so konzipieren, oder so machen, dass ich jeden Tag mal nehme. Das heißt, nicht, dass ihr sagt, unter der Woche wird gar keine Zeit, und ihr werdet nie drankommen, wir werden bestimmt auch mal eine Aufnahme am Wochenende machen, sodass wirklich jeder, irgendwie einen passenden Termin hat. Ich glaube, das war es im Großen und Ganzen. Ich denke auch, also Map-Vorschläge, Mod-Vorschläge haben wir. Genau. Das Mitspielen ist jetzt auch erstmal geklärt, nur Twitter. Ich sage es nochmal, nur Twitter. Was anderes geht nicht. Link, Twitter, in der Videobeschreibung. Einfach ein bisschen runterscrollen, da findet ihr den Link. Und, ja, 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 ja. Gut. Gibt es sonst noch was zu sagen? Also, die Sachen laufen jetzt ganz normal weiter. Bindelbach läuft, Belgik läuft, es kommt wieder ein Belgik-Wochenende, und dann ab Montag starten wir ganz frisch, ganz neu, auf einer neuen Multiplayer-Karte. Das heißt, Montag, 12 Uhr, Montag ist der, lass mich lügen, lass mich lügen, lass mich lügen, lass mich lügen. Der 9. Mai, 12 Uhr, kommt die erste Folge, des neuen Projekts. Gut, das war es im Großen und Ganzen. Ja, Daumen ist mir, jetzt mittlerweile, ja, könnt ihr gerne da lassen, wenn es euch gefallen hat. Wichtiger wäre, wirklich wichtiger, Daumen ist jetzt ganz egal, wichtig wäre Kommentare. Wichtig wäre wirklich jetzt zu sagen, Map, Geräte, Wünsche, Verbesserungsvorschläge gerne, und dass wir damit arbeiten können, damit wir wirklich jetzt ein paar Tage, zwei, drei Tage Zeit haben, das aufzubauen, das zu konzipieren und dann frisch und hoffentlich sehr, sehr gut und sehr, was auch sehr, sehr gut bei euch ankommt, hoffentlich zu starten. Gut, in diesem Sinne, noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns spätestens nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.